Also, ich erzähle euch jetzt was über die Rote Julia. Hallo, ich bin die Sarah von Jurtenland und ich zeige euch was heute über die Rote Julia. Also, es gibt tolle Knöpfe, es gibt eine Geheimtasche, man kann die nur so umkrempeln. Ich zeige euch das jetzt kurz mal. Also, man tut es hier, da hinten, da hinten ist so eine kleine Tasche. Dann immer das, wo du vorhin hattest, so da raus. Und dann entsteht die Mütze von da. Also, genau. Und dann hast du die Mütze. Und, genau. Und, wenn ihr reinflugt, dann, den kann man genauso anziehen, die Julia, wie ein ganz normaler Pullover. Und, wenn ihr dann reinflugt, dann ist innen drin eine Geheimtasche. Und, wenn ihr das Video angeguckt habt, wenn ihr das Video angeguckt habt, auf YouTube uns einen Daumen hoch drücken. oder hier, da hinten, oder ihr könnt uns ein... oder ihr könnt uns ein Apokal... aber das geht nicht! Ich kann das Wort nicht aussprechen. Tschüss, eure Sarah von Jurtenland.